Ja, hi zusammen! Heute geht es um das Sentry R1 von O-Knife, was mir von O-Buy für ein Video zur Verfügung gestellt wurde. Und man kann es gerade im O-Buy Sale für 67,16 Euro kaufen. Und mit meinem Gutscheincode FRIT10 gibt es nochmal 10% Rabatt. Der Gutscheincode gilt übrigens nicht nur bei dem R1, sondern auch für die anderen Sachen bei O-Buy. Also wenn ihr da was bestellt, dann vergesst den Gutscheincode nicht. Und falls ihr was bestellt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link machen würdet. Damit unterstützt ihr den Kanal und es kostet euch nicht mehr. Und dann komme ich mal gleich zu dem R1. Das kommt in der üblichen Verpackung mit den Daten hier außen und mit einer Pouch, also der etwas größeren Pouch. Und genau wie bei dem L1 hier wird keine Münze mitgeliefert, sondern dieser Patch hier, der mir ganz gut gefällt. Und ich denke, der zeigt auch ganz gut, in welche Richtung das geht und wofür das R1 gedacht ist. Und zwar für die Outdoor-Küche. Und ich finde die Idee richtig gut. In der Richtung oder in diesem Bereich gibt es ja vergleichsweise wenig. Also mir fällt da spontan noch von Spyderco das Spideychef ein. Das ist ja auch so ein Outdoor-Küchen-Kochmesser und vielleicht noch ein paar Opinel-Modelle, die größeren gerade. Und es wird mit Sicherheit auch noch andere Outdoor-Küchenmesser geben. Aber viele sind es auf jeden Fall nicht. Und das R1 bringt auch erstmal alles mit, was man in dem Bereich braucht. Und zwar sollte ein Küchenmesser ja eine gewisse Klingenlänge haben. Und hier hat man eine Klingenlänge von 11,5 Zentimetern, also ordentlich lang. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass das Messer insgesamt relativ groß ist. Und hier hat man eine Gesamtlänge von 26 Zentimetern. Also das ist definitiv kein kleines Messer. Aber gut, die wenigsten werden es vermutlich in der Hosentasche mitnehmen. Der nächste Punkt ist, dass die Klinge mit 2,35 Millimetern sehr schön schmal ist. Und dann hat man einen Flachschliff, der komplett nach oben gezogen ist. Und ich habe hinter der Schneidphase 0,35 Millimeter gemessen. Und das ist wirklich ein hervorragender Wert. Und die gesamte Klingengeometrie, die ist wirklich für Schneidarbeiten im Küchenbereich ausgelegt. Dazu dann noch der Stahl-O-Neif verwendet hier den 14C28N. Ich glaube hier oben steht es dann auch. Und das ist natürlich eine hervorragende Wahl für so ein Küchenmesser. Der Stahl ist sehr rosträger und mit 60 HRC sollte das R1 auch ordentlich lange scharf bleiben. Und Oberg gibt auch an, dass es mit einem Schleifwinkel von 17 Grad, also jede Seite 17 Grad, kommt. Also von den Eckdaten ist es als Camping-Küchenmesser wirklich perfekt. Zwei Sachen sind mir dann allerdings doch aufgefallen, die ich nicht ganz so gut finde. Das erste ist die Handlage, die geht schon in Ordnung. Der Griff ist ja insgesamt schon recht universell her von der Form, also in diesem Bereich. Allerdings greife ich persönlich mein Küchenmesser ganz gerne weiter vorne. Also ich würde es ganz gerne so greifen. Und da ist dann halt dieser Bereich hier im Weg. Das heißt, wenn sie den weggelassen hätten, wäre es nochmal ein bisschen angenehmer gewesen. Dann hätte ich es vorne greifen können, also wirklich hier, wenn der Bereich hier halt weg wäre. Auf der anderen Seite hätte die Achsschraube dann ein bisschen weiter nach oben gemusst. Und der Rail-Log ein bisschen weiter nach hinten. Also das wäre schon alles ein bisschen kompliziert geworden. Aber wenn sie das hier so ein bisschen weggelassen hätten, das hätte ich schon ganz gut gefunden, weil dann hätte der Zeigefinger hier wirklich perfekt hingepasst. Man kann es halt so greifen. Also Leute, die die Messer eh weiter hinten greifen, die haben da überhaupt kein Problem. Also da liegt das auch wirklich gut in der Hand. Und dann hat man für den Daumen hier noch eine Auflagefläche. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn ich das hier hätte greifen können und dann hier den Daumen hätte ablegen können. So, das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass mein Exemplar nicht so scharf war, wie ich es mir gewünscht hätte. Also das ist definitiv auch nicht stumpf. Ich kann euch das mal zeigen. Also bei Papier, da geht die Schärfe absolut in Ordnung. Da kann ich nichts aussetzen. Allerdings bei Tomaten habe ich dann schon gemerkt, dass ich da an der Haut hängen geblieben bin. Also da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Mit dem Worksharp ist das eine Sache von zwei Minuten. Also kein großes Ding. Aber ich wollte es halt nicht unerwähnt lassen. Und grundsätzlich ist die Schneidperformance auch wirklich top. Also durch die schmale Klinge mit diesen 2,35 Millimetern, 0,35 Millimeter hinter der Schneidphase, hochgezogener Flachschliff. Also damit ist die Klingengeometrie wirklich hervorragend. Und man kann damit Obstengemüse wirklich sehr angenehm schneiden, ohne es zu spalten. Also das geht deutlich besser, als ich das von den meisten anderen Klappmessern gewohnt bin. Und Leute, die die Messer eh hier hinten greifen, denen kann ich das dann auch guten Gewissens empfehlen. Also die haben dann ein wirklich wunderbares Kochmesser oder Klappkochmesser, Klappküchencampingkochmesser, wie auch immer. Und Leute, die es weiter vorn greifen, da hat man halt das Problem, dass man da nicht so wirklich hinkommt. Also als Fingermulde ist es einfach ein bisschen zu klein. Das sind so die beiden Sachen, die mir dann in der Praxis aufgefallen sind. Und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mal mehr so viel zu dem Messer zu sagen. Die Griffe sind aus G10, alles ist sauber verarbeitet. Aber das ist ja nichts Neues. Und genau wie bei dem L1 hier haben sie auf ein Logo bei der Klinge oder auf der Klinge verzichtet. Also hier hat man kein Logo mehr. Das war ja früher häufiger der Fall. Dafür ist es jetzt hier auf dem Clip. Den könnte man allerdings gegebenenfalls austauschen, wenn einen das Logo sehr stört. Die blaue Akzentfarbe hier bei der Achsschraube, die hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht. Auf der anderen Seite, andere Leute freuen sich dann wieder über so kleine farbliche Akzente. Verriegelt wird es mit einem Rail-Log. Also man kann es einhändig öffnen und hat dann diesen Rail-Log hier. Und damit kann man das dann angenehm schließen, ohne dass die Finger im Klingenlauf sind. Dadurch, dass die Klinge nicht so wahnsinnig schwer ist, hat man halt nur einen eingeschränkten Spielspaßfaktor. Man muss auch mal ein bisschen umgreifen. Also wenn ich das jetzt hier öffne und dann hier schließen möchte, dann muss ich halt ein bisschen umgreifen, weil es halt relativ groß ist. Aber ich denke, um den Spielspaßfaktor geht es bei so einem Messer hier nun wirklich nicht. Also von daher passt das durchaus. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar andere Messer zum Größenvergleich. Ich hatte es ja eingangs schon gezeigt, dass Spideyschef von Spyderco, das ist deutlich kleiner. Entsprechend, das würde ich dann mitnehmen, wenn es in der Hosentasche transportiert wird. Wenn man mit dem Auto oder Camper unterwegs ist oder es im Rucksack mitgenommen werden kann, dann finde ich das eher eins eine gute Option, weil die Klinge dann noch ein bisschen länger ist. Dann von Kaiser noch das Sheepdog. Einfach nur, weil das ja auch ein recht großes, wuchtiges Messer ist. Wobei das ja nicht wirklich wuchtig ist. Das ist ja eher filigran. Aber von der Größe, ja, ähnliche Größenklasse. Dann vielleicht noch, weil es relativ bekannt ist, ein Large Sebenzer von Chris Reef. Und das sieht dann im Vergleich wie ein Spielzeug aus oder wie das kleine Sebenzer. Aber das ist definitiv das Große. Also da sieht man, glaube ich, ganz gut, wie groß das R1 ist. Und als letztes vielleicht noch das L1. Die gibt es ja gerade beide im Sale. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das blende ich euch mal ein. Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwerer mit dem Einsatzbereich. Das ist auch relativ schneidfreudig mit 0,45 Millimetern. Allerdings den Flachschliff nur bis zur Hälfte hochgezogen. Also da frage ich mich so ein bisschen, wofür das gedacht ist. Man kann es auch als Kochmesser verwenden. Aber da ist das schon eine Nummer besser oder ein paar Nummern besser. Das ist halt ein bisschen taktischer. Ich glaube, da geht es eher so um den Spaßfaktor bei dem Messer insgesamt. Und das ist hier halt wirklich darauf ausgelegt, dass man da Obst und Gemüse und was weiß ich, was in der Küche schneidet. Also dafür ist es wirklich sehr interessant. Und da gibt es dann auch, wie ich eingangs schon gesagt hatte, relativ wenig Konkurrenz oder Alternativen. Gerade in dieser Größenklasse vielleicht so ein Open Air Human 12 oder sowas. Aber viel mehr fällt mir da ehrlich gesagt auch nicht ein. Also von daher finde ich das ganz interessant, dass sie da was rausgebracht haben, wo es relativ wenig Konkurrenz gibt oder Alternativen gibt. Und ich denke, für Leute, die das mit dem wollen, ist es durchaus auch interessant. Also bei Campingtouren, wenn man mit dem Van unterwegs ist, Zeltouren oder was auch immer. Zu erwähnen sei vielleicht noch, dass es durch die Einhandbedienung und Verriegelung nicht ohne berechtigtes Interesse geführt werden darf. Das ist halt eine Einschränkung, die wir hier haben. Und ein Hersteller kann das Messer nicht in zehn verschiedenen Versionen für alle möglichen Gesetzesversionen anpassen. Das verstehe ich schon. Schade ist das natürlich trotzdem. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Und wie gesagt, wenn ihr bei OBI was bestellt, dann vergesst meinen 10% Gutscheincode nicht. Der funktioniert auch bei den anderen Sachen, also nicht nur bei dem R1 hier. Ach, und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.